Was sollst du sagen? Pancake. Guten Appetit, ja. Und so bin ich jetzt hier auf meiner Suzuki Faust rum. Wir haben sie aus der Werkstatt abgeholt, sie hat eine neue Kette bekommen und es ist meine erste Fahrt alleine. So, das erste Mal alleine mit ihrem Opel unterwegs. Ich bin ja noch dabei. 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 hi babe freitagabend noch drei tage dann ist der lockdown light und deshalb gehen wir heute noch mal richtig essen in leonberg im leon center und wir haben ganz viel bestellt ich finde wir waren sehr sehr tapfer wir können jetzt schon nicht mehr was darfst du sagen guten appetit grün in der abschluss also ich muss tatsächlich sagen dass das king of greens mein jetziges lieblingsrestaurant ist im großraum stuttgart aber da gibt es wirklich alles mögliche und es ist super lecker gut abgeschmeckt unterstützt sie auch solange sie im lockdown light sein müssen und lass mich wissen falls es ein restaurant gibt wenn es da nur vielleicht vegane optionen gibt dass ich auch mal testen soll und bis zum nächsten video